Joa, da sind wir auch wieder mit. Let's play Tales of Phantasia. Beim letzten Mal, ja, hat uns Daos, einer seiner Untertanen, den Krieg erklärt und Klaus ist jetzt, ja, Captain an der Spezialtruppe. Wir haben uns jetzt mal ausgerüstet und, ja, jetzt gucken wir erstmal, wie lange das noch dauert. Wie ging das jetzt noch? War der Weg hier noch mal genau so? Ähm, ach, okay. Klaus, was ist mit der Bes... Klaus, was ist mit der Besprechung? Oh, die ist beendet. Und? Die Mission ist riskant, aber äußerst wichtig. Und die anderen Captains sind nicht allzu glücklich, dass ich teilnehmen werde. Vergiss die doch einfach. Sie werden ihren Mund schon halten, wenn sie sehen, wozu ich fähig bin. Wie sieht es mit dem System aus? Alles in Ordnung, mein Lord. Exzellent. Denk, dieser Waffe wird da aus. Hehehehe. 4202 nach aserianischer Rechnung. Das kann ich nicht lesen. Tut mir leid, Leute. Äh. Eminente historische Konflikte. Krieg von Valhalla. Bedeutende historische Persönlichkeiten. Edward D. Morrison. Okay, da aus. Truppen schwirren aus. Okay. Durch sein Ableben wurde die Geschichte ein nach, keine Ahnung, und der Verlauf des Krieges, dem Erbarmen des Schicksals. Ich kann dafür versuchen, das Wort zu lesen, was ich lesen kann. Welche Seite wird das Lächeln der Siegesgöttin sehen? Bevor ihr aufbrecht, muss ich noch eine Nachricht vom König mitteilen. Seine Majestät sagt, den besten Kämpfern erwartet eine attraktive Belohnung. Eine Belohnung? Die Belohnung hängt also davon ab, wie gut wir kämpfen. Führen wir die Mission aus. Ihr habt mein volles Vertrauen, Männer. Und Erbar hängt da mit ihrem Besen. Die Mission verlangt, dass ihr auf der Ebene von Valhalla patrouilliert und Gegner ausschaltet. Kommt es zu einer direkten Wührung mit dem Gegner, beginnt der Kampf. Das Ziel ist es, den Kommandeur der gegnerischen Truppen zu besiegen. Die Mission sollte so schnell wie möglich erfolgreich beendet werden. Tag 1. Nicht hier speichern. Ne. Nicht hier irgendwo speichern. Und so ist es noch nicht beendet. Wir sollten die Ebene von Valhalla noch nicht verlassen. Irgendwelche Ideen? Ihr könnt euch hier ausruhen, aber ihr verliert 8 Stunden wertvolle Zeit. Ausruhen? Nein. Jetzt steht nur noch... Jetzt steht nicht nur so da. Ihr habt eine Mission zu erfüllen. Ich kann euch mit E-Teams versorgen. Was braucht ihr? Obflege, Wundermittel, Orangengel. Schaut einfach vorbei, wenn ihr etwas braucht. Geil. Liegt hier immer... Speichern. Nein. Sichern. Na. So, einmal hier. Wow, schon über 10 Stunden. So. Dann haben wir das auch. Und auf in die Schlacht. Zwei Eichen. Mensch, meine Liebe. Ich vergesse meine Information, um zu ändern. Ach, verdammt. Magisches Auge. Magisches Auge. 3050. Formation. Formation. Formation aufbauen. Klaus kommt mal nach hinten. Hoppla. Das wollte ich nicht. Press nach vorne. Nach hinterster Stelle Klaus. Mint in die Mitte. So, immer schön eng beieinander. Bleiben. So, versuchen wir mal so viele Gegner auszurotten wie möglich. Ray. Ah, Lichtangriff. Wow. Lightning Tiger Blade. Genau, Leute. Haut einfach alles raus, was ihr habt. So, das war Gegner 1. So, Swallow Dance. Und, was machst du? No. Na toll, das ist für einen Gegner. Und wir rotzen hier schon alles durch die Gegend, ey. Ah. Und weg mit dir. Und 3.100 galt. Wow. Hochhilfe, was war das denn jetzt gerade? Okay. Hallo? Okay, das wollte ich jetzt gerade nicht. Fähigkeiten Amber. Nein, das ist nicht Amber. Thunder Blade. So, danke schön. Was machst du jetzt? Ray. Okay. Das sieht schon mal gut für uns aus. Noch halten wir uns. 1.600. So, jetzt hat man endlich Nurse gelernt. So, nächster Gegner. Algummi und Eiche. Ah. Was machst du jetzt? Ah, Ray wieder. Und. Phoenix. Was machst du? Maxwell. Genau. Pust das Ding weg. Ich glaube, das mache ich alles in einer Folge. Ich weiß nicht. Swallow Dance. So, damit das Ding auch ein bisschen gekillt ist. 192. 1601. So, der Abend kommt schon. Wow. Das ging schnell. Zwei Eichen. Hallo. Was machst du jetzt? Luna. Luna. Wir sehen endlich mal Luna. Laser. Luna Laser. Wow. Wow. Das ist ein Schaden. Geil. So eine Truppe gefällt mir gerade. Die Truppe ist wirklich stark gerade. Ray. Ich habe jetzt gerade nichts gegen Gegner. Noch nichts. Mal gucken, wie es am fünften Tag aussehen wird. Maxwell. Ja, komm. Ohne, ich sehe, da steckst du wieder raus. Ja. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs Bälle hattest du noch. Ich muss ja mal ein bisschen umgucken. Hallo. Ah, da laufen wir mal entgegen. Und es ist bereits Abend eingebrochen. Wir gehen jetzt direkt versuchen zum Gegner, also zum gegnerischen Feind vorzustoßen, also zum Anführer. Äh, damit das hier schnell über die Runde geht. Eruption. Wo ist die Dinger weg? Wow. Wow. Amber. 3.100 galt. Wow, wie viel war das denn hier gerade? Allgummi und Eichen. So. Du bist du? Nein, du bist nicht ärmer. Du bist ärmer. Äh, Thunder Blade. Bitte auf den da mal. Dankeschön. So, dann ist der auch schon mal naun. Ach man, fick dich doch, Alfred. Genau, wo ist das Ding weg? Ah, Amber hat schon wieder so wenig dp. 192, 1672, Gott. Wah. Das sind mir zu viele. Ähm. Klaus. Luna. Ray. Okay, das heißt, der schon mal naun. Das heißt, mir müsste Luna kommen. Luna. Luna Laser. Hallo. Dankeschön. So. Ich muss jetzt diese verdammten Einheiten aufhalten. 1200. Und eine neue Fähigkeit. Wow, 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 wow. Aegis Strike. Stoß die Waffe in den Boden und schaffe eine Wand aus Licht. Okay, dafür nehme ich mal... Ah, Rising Phoenix raus. Aegis Strike. So. Nice. Aegis Strike. Was machst du hier? Ray. Doppel Ray. Was kommt hier? Maxwell. Ja, pußt ab dem von hinten weg. Dankeschön. So. Das müsste ein. Und, wir haben wieder die Standarddinger. So, den jetzt auch noch ausschalten. Chimären. Oh Gott. Hier habe ich gerade Angst vor den Gegnern. Sie sehen mich doch ins Stark nach Basilisken aus. Na. Alter. Emma. Wundermittel. Halt das bald mal. Hier kriegst du das genau aus Auge. Aegis. Alter. Aufhören. Jetzt reicht es mir aber langsam mal mit den Viechern. Thunder Blade. Was musst du jetzt? Ach, jetzt ist mir eigentlich scheißegal, was du da gerade machst. Amber. Track the beam. Und hoch mit dir, Herr Arschloch. Alter, das Ding ist immer noch nicht down. Fireball. Alter, was geht mit dem? Brave. Das ist verdammte Mist, wie ich. Ich habe keinen Bock mehr. Ah, okay. Okay, dafür wäre jetzt ein Thunder Blade. Wenn ich die Verschade. Na, bla bla bla. Oh Gott, und alle sind versteinert. So, heiliges Licht, das hat hier wenig gebracht. Wasser des Lebens. Nein. Wundermittel. So, Apfel-Orangengehl. So, Fähigkeiten. Mensch. Nurse. Komm her. Gehen die Gegner wieder in Oliber. Wundern kommst du? Ja, okay. Age of Strike. Ja. Ich denke, der Krieg ist schon längst entschieden. Was machst du jetzt? Eruption. Na, sicher nur ein Treffer hat gefehlt oder so. Na, schon ein bisschen mehr. Ich werde es jetzt alles in eine Folge packen, habe ich mir gerade entschlossen. 1672. Wow, wie viele Gegner stehen denn da plötzlich? Hallo. Danke. Frisst das Arschloch. Jetzt muss ich eigentlich hier. Age of Strike. Hallo. Ach komm, fick dich doch. Ehrlich mal. Ja, okay. Genau, das heißt, der ist auch weg. Age of Strike. Oh. Was machst du jetzt? Ray. Das heißt, jetzt müssen alle Gegner getroffen werden. Ach, Mann. Max, Mann. Ja, Lightning Tiger Blade. Oh. Maxwell. Do it, Max. Bam. No. Jetzt bin ich in der Nacht ausruhen hier. Das heißt, wir können uns jede Nacht ausruhen. Das ist gut. In Ordnung. Tag 2. Hier mit. Nein. Lass mich. Leave me alone. Okay, das hält die Gegner erstmal nochmal ein bisschen auf. Besser auf. Weg hier. No, Mann. Es sind so viele Gegner. Ich lebe jetzt erstmal. Und was machst du jetzt? Herr Fried. Genau, fallen ihnen alle in den Rücken. So, das heißt, der ist auch down. Traktor Beam. Na, fick dich doch nur, weil du verwurzelt bist. Ich entwurzel dich mal eben. Was machst du jetzt? Ach, komm. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier ist gerade alles. Oh, Gott. Nein, nein. Nein, nein. Mit euch will ich nicht spielen. Ihr seid kacke. Alle kacke. Mistviecher. Oh, Spallowdance. Oh, Spallowdance. Oh, Spallowdance. Okay, Jesus, du kommst da mit mir hin. Okay, du schaltest den mal bitte hinten aus. Ja, die Gegner sind so leicht auszuschalten. Age of Strike. Okay, die sind weg. Und er ist auch weg. Und wo ist meine... Danke. Wow. Aha. Tschüss. Ah. Wollen wir mit dir wieder wieder nach Hause? Ray. Und Swallowdance ist fertig aufgeladen. Das heißt, ich kann gleich... Elf Raid. Ich kann gleich meine ganzen Skills nochmal umändern. Gut. Jawoll. Elf Raid oder Ding ist weg. Ah, hier gibt es schöne Geld. So, Fähigkeiten. Cress. Ähm. Hier kommt mal wieder Rising Phoenix in Swallowdance. Tausch mal bitte mit Aegis Strike. Okay, es wird wieder Tag. Zwei Eichen. Was machst du? Ah, okay, genau. Den Genom. Hallo. Danke, ich möchte jetzt auch mal gerne einen Rising Phoenix machen. Riding Phoenix. Riding Phoenix. Riding. 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 So unnötig. Luna. Luna Laser. Verbrennen den Busch. Und die Eiche, was auch immer. Bäm. Meiner. 3100. Wow. 3100. Wow. Ohne Feuer. Ohne Ende. Und meiner. Genau durch. I did it. Ta-dam. What the fuck? Was geht Nira da ab für ne Party? Ah. Hallo? Hallo? Wow. Das waren nicht viele Gegner. Ray. Wo es total sinnlos war. Und er rupt. Äh. Komm weg mit dem Weg. Dankeschön. Ach, verdammt. From your Aegis tribe. Oh man. Ray. Was machst du? No. Hm. Ray. Riding Phoenix. Riding Phoenix. Warum mach ich jetzt einen Phoenix? Ich will gar keinen Phoenix machen. So mit deinem Ray, ey. Du hast aber auch hier gern festgefressen damit, Amber. Hm. 3100. Galt. Hm. Nein, bitches. Hau ab. Und hier können wir doch ein bisschen zu oft verstanden. Ich hasse die Fächer. Aegis Strike. Ach, schwer, aber das sieht da mal geil aus, obwohl ich eigentlich eine helle Wade habe. Aber egal. Ja. Torn. Torn rein. Ja. Fick dich doch. Aegis Strike. So, dann kannst du nicht mehr entfliehen. Und zum gröner Abschluss Ray. 1247. Wow. Jetzt möchte ich aber gerne wieder zurück. Das Training will ich hier nicht auslassen. Und Sword Ray in F. Frieden macht da hinten den. Okay, er hat mitgedacht. Und weg mit dem Fähig. Dankeschön. Oh man. Man, ich habe jetzt wirklich nicht so erklärt, aber das zieht sich gerade wirklich hin. So. Mensch, mach doch mal bitte einmal. Nurse. Jetzt noch mal gucken, wie es aussieht. Geil. Ich kriege jetzt ein paar. Sieht ja geil aus. Ich bin fertig. So, ich bin fertig. Und hier? Und fertig. Oh Leute, geht das. Ähm. Oh, das wird schon wieder ab. Okay. Was machst du? Ray. Oh, weg mit den Gegnern. Maxwell. Oh, von Hintern. Maxwell von Hintern. So, mein Age Strike gibt den Rest. So. Oh. Ach. Ich kann jetzt eigentlich was machen, ohne Gummis zu verschwenden. Love love für Klaus. So, wir machen jetzt einfach mal den hier. Charge. Och, er rennt genau noch mehr in mir rein, äh. So, das kann ich auch mal machen, weil Emma, äh, Minz sowieso kaum noch TP-Verbrauch. Das ist hier nur zum Hallen alles. Ray. Oh, was machst du da hinten? Luna. Luna Laser. Here we go. 1.811. Wow. Okay. Das wird ganz schön ermüdend. Wow, 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 wow. Danke, das ist schon viel lieber. Aaaaaaah. Zwei Eichen. Na ja. Geld in meinen 3100. Age Strike. Oh, schießt man, man kann da rein. so was machst du das heißt die beiden müssen jetzt da und sein oder noch nicht schon um eins und jetzt kommt noch mal zwei schon 30 minuten das wird ja so eine stunde paar oder so keine ahnung wie ich das kenne jetzt mal gucken ob ich den weg zurück finde und ich will unbedingt dieses diese belohnung haben deswegen konnte ich die ganzen wir erst mal nach klauschen erfreet kommen hier gibt es auch das hätten wir jetzt auch mal ich muss jetzt produzieren weil ich nicht so gut kommt zeit haben werde das aufzunehmen ja ich bin zurück jetzt ist da ihr habt eine mission zu erfüllen wie kann ich auch so noch völlig acht stunden wettbewerd ausruhen das hätten wir auch in ordnung los geht's tag 3 das kenne ich euch das braucht ihr wundermittel davon wundermittel was braucht ihr speichern so ich werde jetzt auch noch mal den part beenden und es nicht so groß wird und ja wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn es heißt let's play tas of fantasia bis dann leute ciao